Herzlich Willkommen bei Sam, Soul & Mind. Heute einem Gespräch mit Clemens, der Mann aus dem Wald, den ich schon einmal zu Gast hatte in einem 17-17-Talk. Wir haben uns entschieden, weil die Nachfrage doch groß war, dass wir 1, 2, 3, 4 vielleicht Gespräche führen, wo wir Themen gemeinsam beleuchten, die uns beide auf unserem Weg begleiten. Ich darf die Journalistin sein, ich darf die Fragen stellen und du gibst die guten Impulse ins Feld. Heute möchten wir das Thema germanische Heilkunde beleuchten. Jetzt ist es ja, Clemens, so, dass die germanische Heilkunde fast so ein Geheimwissen oder etwas Verbotenes hat, denn so richtig hört man in den Mainstream-Medien nichts von dieser Heilkunde und es ist fast ein bisschen verpönt, sich dem Thema zuzuwenden in den offiziellen Medien. Richtig? Ja, richtig. Also verpönt will ich nicht sagen, es wird ganz schön zerlegt. Und wenn man die germanische Heilkunde verstanden hat, versteht man auch, warum das so ist. Genau, wir wollen das heute mal in einer Einsteiger-Variante machen, dass wir mal das Grundsätzliche von dir hören, was die germanische Heilkunde ausmacht. Ja. Also wenn du mir sozusagen als Einsteigerin, die noch gar nichts davon gehört hat, erklären sollst, was ist denn überhaupt die germanische Heilkunde, dann frage ich dich das. Naja, zum Einstieg würde ich erstmal gerne sagen, dass ich glaube, dass diese Gesetzmäßigkeiten, die Dr. Hamer gefunden hat, auf der medizinischen Ebene eine der größten Revolutionen der Geschichte sind. Also man muss sagen, Dr. Hamer ist der Urvater des Ganzen. Und es ist schon 40 Jahre her, dass er das entdeckt hat, 1981, und das nach und nach weiter aufgebaut hat, das Wissen. Und ich finde es unglaublich. Es hat mich wirklich, als ich das verstanden habe, umgehauen. Ist dann die germanische Heilkunde so etwas wie der hämopathische Weg? Nein. Germanische Heilkunde ist keine Methode, also keine Heilmethode, sondern ein Ordnungssystem. Nein. Sie erklärt, wie aus Konflikten, aus Erlebnissen, die Menschen haben, Symptome entstehen. Das ist der Hintergrund da. Jetzt habe ich mich ja einige Jahre auch mit der Psyche beschäftigt, also Körper, Psyche, wie sich der Körper ausdrückt. Ist dieses Feld dann wieder mit der germanischen Heilkunde zu vergleichen? Nein, nicht zu vergleichen, zu ergänzen, würde ich sagen. Denn was wir, gut, das ist vielleicht ein bisschen früh jetzt in diesem Gespräch das anzusprechen, aber das, was wir in unserer Psyche haben, ich sage mal unbewusste Gedankenmuster und Glaubenssätze und so weiter oder nicht verarbeitete Erlebnisse, ist praktisch die Grundlage dafür, dass wir empfindlich sind für Konflikte. Und die germanische Heilkunde beschreibt dann, wie diese Konflikte und warum zu Symptomen führen. Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem Thema zu dir komme, einem Krankheitsbild, weil eigentlich wollen wir über Gesundheit sprechen, aber... Wobei ich das nicht mache. Nein. Vorab gesagt, also ich mache keine Therapie und auch keine Diagnose und so weiter. Das mache ich nur für mich oder im engsten Familienkreis, dass wir über Konflikte sprechen. Das ist nicht meine Arbeit. Richtig, aber du bist wissend in dem Fall und wir tauschen uns jetzt aus. Ich nehme das auch nur exemplarisch. Ja, mir geht es nur darum, ein Samenkorn in die Menschen zu setzen, dass sie Interesse entwickeln an diesem Wissen, verstehen, worum es da geht, um Lust zu bekommen, das zu lernen. Weil das zu lernen, finde ich super wertvoll, weil wir verlieren Angst vor Krankheiten und wir ermächtigen uns selber, was unsere Gesundheit angeht. Und das finde ich beides sehr, sehr wertvoll. Gut. Wie würden wir dann anfangen, wenn ein absoluter Einsteiger kommt und sagt so, ich möchte jetzt gern was darüber wissen? Also wie würdest du mir anfangen zu erklären? Dann starten wir es genauso. Ich würde jetzt einfach ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt als Laie dazu gekommen bin. Total gern. Ja, weil ich bin medizinischer Laie. Ich bin im Jahr 2000 erkrankt an Colitis ulcerosa, chronische Darmentzündung. Ich habe es schulmedizinisch diagnostizieren lassen und das Ergebnis war, ich würde dann als Gehalt gelten, wenn man mir ein Stück vom Dickdarm entfernt mit der Aussicht, dass ich dann Stoma-Träger bin. Und ich fand das den Gedanken ungünstig. Wenig verlockend. Wenig verlockend, ganz genau. Und dann, ich habe Medikamente verschrieben bekommen. Ich habe die ausprobiert und gemerkt, das tut mir nicht gut und ich habe es sofort gelassen. Das heißt, mir war es lieber, dass ich weiterhin die zum Teil sehr schweren Krankheitssymptome hatte, als dieses Zeug zu nehmen. So, und dann hat das aber noch ein paar Jahre gedauert. Genau genommen vier Jahre. Ich habe so, ich glaube, im September 2004 die ersten Interviews von Dr. Hammer gehört. Die habe ich immer auf den Reisen im Auto gehört. Das war eine CD. Und ich glaube auch im September, der neunte Monat, das neunte Mal, dass ich diese CD gehört habe. Ich habe die mehrmals hintereinander eingelegt. Da hat es richtig gekracht im Kopf. Da habe ich die Dinger verstanden. Und das hat mich umgehauen. Und da habe ich gedacht, weil ich habe mich vorher sehr auch mit dem Thema Infektionen und Parasitismus im Körper beschäftigt und so weiter. Und da habe ich verstanden, was ich heute auch in der Natur beobachte. Es gibt nichts Böses. Es gibt keine bösen Mikroben. Es gibt keine bösen Parasiten oder sowas. Jedes Einzelne hat seine Aufgabe in der Natur. Und wie Dr. Hammer das beschreibt, das System der Mikroben ist für mich atemberaubend. Und ich finde es in der Natur wieder. Als Beispiel im Wald, wenn ein Baum abgestorben ist, dann kommen Pilze und Bakterien und zerlegen den Baum, damit er wieder zu Humus wird. Und im menschlichen Körper, Bakterien, Pilze, bauen Strukturen ab, die der Körper nicht mehr braucht. Das ist genauso ein Abräumen und ein Reinigungsprozess wie in der Natur. So, und wenn man das verstanden hat und das ist dann, sage ich mal, nahezu atemberaubend, versteht ein Laie dadurch, dass es keine Infektionen geben kann. Womit wir an einem sehr wichtigen Punkt wären. Mhm, ja. Aber um dieses, also es geht ja immer um Konflikt und Konstellation. Das sind jetzt Schlagworte, die ich, ich habe mich jetzt erst sehr kurz mit der germanischen Heilkunde befasst. Habe da auch mir ein Buch anzugelegt und natürlich auch entsprechend Gespräche schon geführt mit Fachleuten. Ja. Dennoch ist es ja sehr umfänglich, was es da alles an Grundwissen gibt, ja. Also wir hatten das heute 500, wie viel war das? Ja, 500, es gibt nach Dr. Hamer, ich drehe es mal um, die Schulmedizin spricht von ungefähr 1000 bekannten Symptomen. Mhm. So, und Dr. Hamer hat herausgefunden, dass es ungefähr 500 Konfliktprogramme gibt. Genau. So, und 500 dieser Symptome ungefähr sind in der konfliktaktiven Phase, wie er das nennt, und die anderen 500 Symptome sind in der Heilungsphase. Alle Infektionen, alles das, was wir Infektionen bezeichnen, das passiert in der Heilungsphase, in der sogenannten. So, ich möchte die biologischen Naturgesetze hier nicht erklären. Das haben andere Leute viele besser gemacht, als ich das könnte. So, da verweise ich dann auf Helmut Pilar zum Beispiel, der das richtig super macht und den ich sehr bewundere und schätze, weil er 40 Jahre, ja, ich glaube nicht 40 Jahre, aber viele Jahrzehnte an der Seite von Dr. Hamer gekämpft hat, um das bekannt zu machen. Und liebe Grüße an Helmut nach Paraguay. Ja, auch von mir. Ja. Genau, kommen wir aber zurück. Jetzt haben wir das Thema Konflikt und Konstellation. Ja. Kannst du unseren Zuschauern einmal erklären, was es mit diesen beiden Schlagworten auf sich hat? Dr. Hamer spricht von sogenannten biologischen Konflikten. Das sind Konflikte, die uns ganz plötzlich treffen, wie er sagt, auf falschem Fuß, die wir nicht konfrontieren können und die dann durch ihre Energie sozusagen eine Schaltung im Gehirn verursachen. Ich würde das heute als energetischen Einschlag bezeichnen, weil ich habe später auch geschaut, wie kann man dieses Thema der biologischen Naturgesetze von Dr. Hamer mit anderen Heilmethoden verbinden, zum Beispiel mit der Energetik. Dazu kommen wir dann aber in einem anderen Video. Das hatten wir schon. Das ist also ein energetischer Einschlag und der verändert eine Schaltung und die Ansteuerung eines Organs. Die Ansteuerung eines Organs wird verändert. Passiert das zweimal, dann ist es eine Konstellation. Ja, gut, das ist jetzt ein fortgeschrittenes Thema. So weit muss man jetzt gar nicht gehen. Denn wenn ich die germanische Heilkunde lernen möchte, dann wäre das gut, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, was ich lernen sollte. Und Dr. Hamer spricht von fünf biologischen Naturgesetzen. Wir können schon mal eins abziehen, das fünfte, das im Grunde genommen nur eine Zusammenfassung ist. Also haben wir nur noch vier. Ich brauche also nur diese vier biologischen Naturgesetze zu verstehen. Das kann ich an einem Tag, wenn ich das mir anschaue oder mir von jemandem erklären lasse. Und dann haben wir, das ist das große Feld dieser ungefähr 500 Konfliktprogramme, Konfliktprogramme, die Dr. Hamer beschreibt. Ich brauche die nicht alle lernen, das ist Blödsinn. Ich brauche nur exemplarisch einige wenige Ausgewählte davon lernen, damit ich weiß, wie das funktioniert, damit ich das Prinzip verstehe. Und zwar würde ich mir anschauen, das ist nach den Keimblättern sortiert. Das heißt, die entwicklungsgeschichtlich entstandenen Gewebetypen. So, und Dr. Hamer hat herausgefunden, dass wir drei Zelltypen im Körper haben. Das war vorher bekannt. Inneres, mittleres und äußeres Keimblatt. Aber Dr. Hamer hat entdeckt, dass die jeweils mit einem bestimmten Gehirnareal zusammenhängen. Das Stammhirn zwischen Hirn und Großhirn ist für Entoderm, Mesoderm und das dritte habe ich gerade vergessen. Inneres, mittleres, äußeres Keimblatt. So, und das hängt zusammen. Und alleine das ist schon eine revolutionäre Erkenntnis. So, und ich brauche im Prinzip nur aus jeder Keimblattebene, was weiß ich, zwei, drei Konfliktprogramme zu lernen, um die zu verstehen, damit ich weiß, wie die sich auswirken im Körper. So, das würde ausreichen. Das heißt, nur vier Gesetzmäßigkeiten anschauen und lernen. Und dann von jedem Keimblatt ein paar Konflikttypen mal lernen. So, und dann kann ich anfangen, bei mir selber zu schauen. Das ist übrigens die größere Herausforderung. Denn diese Konflikte, die wir erleben, laufen in einem Bereich ab, den man so als blinde Flecken bezeichnen kann. Das ist ja dann schön in Partnerschaften. Ja, und darum ist es nicht so leicht, diese Konflikte bei sich selber zu finden. Da ist das gut, wenn man einen Spiegel im Außen hat. Und es ist auch, ich sage mal, eine Kunst, die Konflikte bei einem Gegenüber herauszufinden durch das Gespräch. Weil man damit in einen Bereich geht, der möglicherweise halt in einem blinden Fleck liegt. Und es ist ja auch sehr intim. Es kommt auf das Konfliktprogramm an. Das hatten wir vorhin kurz, auch als die Kamera noch nicht an war. Ganz genau. Dass es bestimmte Krankheitsbilder gibt. Oder es sind ja die Heilungsphasen eigentlich. Das finde ich viel wichtiger zu verstehen. Das fiel auch mir am Anfang schwer. Mal weg von dem Wort Krankheit. Ja. Sondern, weil darauf sind wir ja auch trainiert, sondern zu sagen, dass es die Gesundung im Grunde ist. Ja. Der Konflikt löst sich. Ja. Wenn sich mir die Mandelentzündung zeigt. Genau. Oder wir hatten es alleine nur Niesen oder Nasenbluten. Ja. Wenn jemand wiederholt Nasenbluten hat, kann man auf einen bestimmten... Dann stinkt ihm etwas. Genau. Dann stinkt etwas. Und dann kann man auf einen Stinkekonflikt schließen. Ja. Und dann ist aber direkt schon der Konflikt in der Lösung. Ja. In der Heilung. Ja. Und somit ist es die Gesundung und nicht die Krankheit. Ja. Das ist das Erste, was glaube ich in den Köpfen umgemüht. Also so ging es mir. Ja. Denn wir gehen ins Krankenhaus. Mhm. Wir gehen zum Arzt, um die Krankheit behandeln zu lassen. Ja. Und ich glaube, dass da schon das Erste Umprogrammieren im eigenen System wichtig ist. Ja. Es kann sein, dass ich da ein bisschen übertreibe. Vielleicht auch nicht. Also ich bin sehr sicher, dass die Gesetzmäßigkeiten, die Dr. Harmer entdeckt haben, in der zukünftigen Medizin das zentrale Werkzeug sein werden. Mhm. So. Und darum herum werden sich dann verschiedene Heilmethoden gruppieren. Mit denen man die Konflikte bearbeitet. Bei verschiedenen Symptomen ist es aber auch wichtig, ärztliche Unterstützung zu haben. Auch manchmal durch Chirurgie und so weiter. Und ganz bestimmte Medikamente werden auch noch in Zukunft eine Bedeutung haben. Aber ich glaube, dass das ganze restliche Gebäude irgendwann nicht mehr da sein wird. Dieses Ganze, was mit Angst zu tun hat, was mit medikamentöser Einstellung und so weiter zu tun hat, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Mhm. Erstmal einfach ein gutes Buch dazu lesen. Ich habe angefangen mit dem Buch von Dr. Harmer. Ich habe den Titel vergessen. Ich kann das sonst verlinken. Ja genau, verlinkt das mal. Das ist, wo der Sohn Dirk auf dem Titel ist. Und das war für mich ein guter Einstieg. Und inzwischen, und das ist auch etwas, an dem man erkennen kann, dass diese germanische Heilkunde kein Hokuspokus ist, wie viele verschiedene Bücher von wie vielen verschiedenen Autoren es schon gibt zu dem Thema. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit eine Menge Ärzte und Heilpraktiker, die schon lange danach arbeiten, das als Wegweiser im Hintergrund, aber im Außen nicht darüber reden, um sich selber nicht zu gefährden. Und ich kenne auch welche. Wenn wir noch, wir haben ja Zeit, wir haben ja kein 1717, wir können uns den Raum ruhig nehmen. Wenn wir ruhig nochmal reingehen in ein Beispiel für die Zuschauer, hast du eins parat, wo man so klassisch sagen kann, so da kommt jemand mit Thema X, Konflikt sowieso? Naja, ein süßes Beispiel ist immer der Stinkekonflikt. Also Stinkekonflikt ist etwas, wenn ich in eine Situation laufe, die mir stinkt, aber was ich mir nicht bewusst mache. Ich decke etwas drüber, da muss ich jetzt durch und das überstehe ich schon und selbst das denke ich dann nicht, sondern ich gehe da einfach durch und es ist mir nicht bewusst, dass mir die Sache stinkt. Dass ich das in Wirklichkeit überhaupt gar nicht machen möchte. Was weiß ich, wenn es um irgendeine Arbeit geht oder jemand drückt mir was auf, ein Chef drückt mir was auf, eine Arbeit, auf die ich überhaupt keine Lust habe gerade oder sowas. Also dann wird sozusagen ein, werde ich Konflikt aktiv, was die Nasenschleimhörte angeht und wenn diese Situation dann zu Ende ist, dann merke ich, dass sich das in der Nase wieder löst. Irgendwann fängt das an zu kitzeln und dann niese ich. Und das Nieren ist sozusagen der Mittelpunkt des Heilungsprozesses. Das wird hier in der germanischen Heilkunde Epileptoidekrise genannt oder Epikrise genannt. Und das wäre eine ganz einfache Geschichte. Ich habe damals schon sehr lange gebraucht, um meinen eigenen Konflikt zu finden, was die Colitis angeht, weil das Thema unglaublich lange her war. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie mache ich mich dann, also wir hatten es einmal schon, blinde Flecken und auf die Suche machen bei sich selbst gar nicht so einfach. Wie gehe ich denn am besten vor? Wenn ich tatsächlich jetzt den Konflikt finden möchte. Ich war damals noch nicht so zielgerichtet unterwegs. Im Grunde genommen war das Symptom schon, wenn auch, sag ich mal, abgeschwächt oder herunter transformiert, wie Dr. Hammer sagt, noch Teil meines Lebens. Aber ich habe nicht mehr so viele Schübe bekommen. Die Colitis verläuft in Schüben. Das hat damit zu tun, dass das Konfliktthema wieder hochkommt und wieder gelöst wird und so weiter. Dann hast du dich irgendwann auf die Suche gemacht oder wie bist du dann drangekommen? Wie alles, weil ich hatte im Leben immer Fragen, gerade zum Thema Gesundheit. Und wenn ich eine Frage in den Raum gestellt habe für mich, dann zack kam irgendwann eine Antwort. Oder es kam jemand in mein Leben, der mich da ein Stück weitergebracht hat. Das passiert bis heute so. Gut, aber dann bist du einfach auch vom Bewusstsein an der Stelle wach dafür. Weil bei ganz vielen, glaube ich, das ist ja so viel drüber gepackt. Also ich kann das noch aus meiner Vergangenheit sagen, bevor ich angefangen habe, mich auf den Weg zu machen. Und das hat jetzt auch viele Jahre gedauert. Ich nenne es immer Zwiebelschichten. Ich möchte ja auch nicht ins Wort fallen. Alles gut, ich weiß, was du meinst. Also dieses Ding mit dem Bewusstsein ist etwas, was sich langsam entwickelt und dann beschleunigt, wenn man das bewusst aufnimmt, dass man etwas verändern möchte bei sich selber. Irgendwann kam das wie eine Erkenntnis. Poff, das war der Konflikt. Und das ist auch eine sehr persönliche Angelegenheit, die erzähle ich nicht. Und dann habe ich realisiert, ich war zwölf Jahre konfliktaktiv. Dann wurde der Konflikt gelöst. Und dann ging diese Colitis ulcerosa los. Und als ich dann damals das nach dem Zeitstrahl, den Dr. Hamer erklärt, mir angeschaut habe, war dieses Gesetzmäßigkeit, dieses zeitlichen Ablaufes für mich genau erkennbar. Und das hat hundertprozentig zusammengepasst. Konfliktentstehung, Konfliktlösung. Und ich wusste ganz genau, oh, jetzt, ich weiß nicht mehr, da in zwei oder drei Jahren werde ich eine Epileptidekrise haben. Und ich wusste, wenn ich nichts tue, sind die Symptome in zwölf Jahren weg. Oder in sechs oder in zwölf Jahren. Also in diesem Zeitraum. Helmut, hilf mir. Ein Jahr ist weit weg. Ja, nicht wirklich. So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir alternative Heilmethoden angeschaut. Ich habe viele selber ausprobiert und bin dann auf die Spur gekommen, dass es darum geht, dieses Konflikterlebnis. Also wir haben Hunde übrigens, die uns hier so ein bisschen zuhören. Und alle Nebengeräusche sind dann entsprechend zum Verzeichnen. Ja, das finde ich auch schön mit den Hunden. Also auf den Weg gemacht zu dem Konflikt und dann war der Zeitstrang. Da wollte ich nämlich sowieso noch reinfragen. Das heißt, kann ich dann mit unterstützenden Mitteln, Kräutern, Tees, was auch immer, es gibt ja ganz wunderbare Methoden, seinen Körper zu stärken, diesen Zeitstrang verkürzen? Ich würde das so erklären. Also dieser Konflikteinschlag ist ein energetisch-informelles Phänomen, sage ich mal, auf der physisch-energetischen Ebene. Und auf der psychischen Ebene ist das halt ein blockiertes Schockerlebnis sozusagen. Es geht darum, dieses blockierte Schockerlebnis, das im Moment des Erlebnisses eingefroren ist, aus diesem Grunde zum Symptom führt. Das anzuschauen und aufzulösen in dem Sinne, dass es mich nicht mehr belastet. Das heißt, ich tue etwas, dass ich lerne, dieser Situation mir gelassen anzuschauen und vielleicht sogar irgendwann drüber lachen kann. Das heißt also, Einschlag, Einfrieren, erst ab da, wo ich feststelle, also den Konflikt identifiziere, es aufblühen lasse, im wahrsten Sinne des Wortes, beginnt der Zeitstrang, der allgemeingültig als Krankheit bezeichnet wird, laut germanischer Ebene der Heilungsprozess bereits ist. Also diese Blühzeit ist dann das komplette Ablösen. Und da gibt es einfach Zeitfolgen. Das heißt, je länger das eingefroren ist, der Konflikt, je länger dann auch später die Blütezeit. Richtig verstanden? Mein Gehirn arbeitet. Ich sehe es. Also wenn das so eingefroren bleibt, dann würde es in meinem Falle zwölf Jahre dauern, bis das Ding sich langsam aufgelöst hat, sozusagen. Wenn ich aber diesen Konflikt nehme und anschaue und so bearbeite, dass er mich nicht mehr belastet und ich jedes Detail aus diesem Konflikt mir anschauen kann und es mich nicht mehr belastet, damit entlade ich das Ding energetisch. Okay. Ich kann dieses sogenannte DHS energetisch entladen. Und das kann man auf verschiedene Weisen machen. Ich habe damals mir zum Beispiel die Synergetik-Therapie angeschaut, nach Bernd Joschko. Habe das für mich angewendet. Und auch andere, die ich gar nicht alle benennen möchte. Es sind ja lauter andere Videos, Clemens. Ja, es wird dann zu viel. Und es gibt eine Menge. Du kannst es auch in einer Hypnose machen. Du kannst in einer Hypnose, in das Erlebnis gehen, es dir von allen Seiten anschauen und so. Also kann ich aber den Zeitstrahl ja verkürzen, demnach? Ich möchte das ganz vorsichtig sagen, ich glaube ja. Verkürzen, auf jeden Fall kann ich aus diesem Krankheitsgeschehen oder aus dem Symptomgeschehen kann ich die Energie rausnehmen. Und das habe ich bei mir selber gemerkt, dass nach und nach die Schwere der Symptome nachgelassen hat. Also man kann das energetisch entladen. Und da geht es dann darum, dass man, und ich glaube, dass das viele Menschen auch schon gemacht haben, die germanische Heilkunde verbindet mit anderen Heilmethoden. Dr. Hammer hat andere Heilmethoden auch, wie die Homöopathie, nach meinem Wissen abgelehnt. Mein Denken ist es eher, die alle zu integrieren. Weil wenn man sich die genauer anschaut, wie die Sachen funktionieren, findet man die Dinge, wo es Berührungspunkte gibt, sodass alles ein größeres, ganzes Bild gibt. Genau, das ist ja immer der Ansatz in unseren Gesprächen. Wir beide mögen es sehr ganzheitlich und versuchen immer noch mehr Stücken zusammenzusetzen. Ich möchte auch mit dir da zum Thema systemische Arbeit, es wird aber auch ein gesondertes Video, morphisches Feld, die Ahnengeschichte noch erarbeiten. Wie geht Hammer denn damit um, dass du ja auch bestimmte Pakete, sage ich mal, aus den Familiengenerationen mittragen kannst? Das kann ich konkret nicht beantworten. Dr. Hammer wurde dafür auch kritisiert, dass er andere Methoden ablehnt. Ich würde das so gestalten. Dr. Hammer hat dafür gesorgt, dass sein Gebiet wissenschaftlich sauber abgegrenzt bleibt. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Weil Dr. Hammer hat wissenschaftlich betrachtet wie ein sauberer Wissenschaftler gearbeitet. Und viele andere Themen, die aus anderen Heilgebieten kommen sozusagen, auch was Energetik angeht, die würden das Ganze jetzt wahrscheinlich vermischen und aufweichen. Das ist etwas, was sowieso passieren wird und auch schon passiert ist, dass man weiß, wie Energetik in jedem Konfliktgeschehen und in den Hamerschen Herden wirkt. Ja. Ja, okay. Ist die Frage, ob wir es dafür den Einstieg einmal lassen und lieber in einem neuen Video nochmal spezifischer Informationen bringen. Ich würde fast sagen, klingt mir sympathisch, meine eigene Idee. Ja, gut. Wir behalten einfach die Position ein und es gibt einen Teil 2 gleich im Anschluss. Nur dann können die Zuschauer auch einmal auf den Pauseknopf drücken oder ausknopfen, gibt es ein neues Video. Ja, danke Clemens. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen mit einem Lächeln. Vielen Dank fürs Zuschauen mit einem Lächeln.